Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und finally zum Trailer von Alvira und Audra, den beiden neuen magischen Pferden und hier seht ihr, passen dazu die beiden neuen Haustiere, nämlich den Snubbel mit dem grünen Daumen, nämlich die linke Variante, die Recolor Design Variante von Snubbel und daneben ein weiterer Fuchs, aber hier im Sif-Stil. Aber gucken wir uns erstmal den Trailer zusammen an, ich bin gespannt, wie ihr ihn finden werdet. So weit also erstmal zum Trailer, aber was können wir eigentlich alles zum Trailer sagen? Wir können erstmal sagen, wir haben zwei kleine neue gerecolerte Haustiere für die beiden Pferde. Wir sehen hier jeweils die beiden in der normalen und in ihrer magischen Form einmal bitte verwandeln. Da sehen wir die beiden dann nämlich einmal in der unverwandelten Form und tatsächlich sehen sie eigentlich sogar ziemlich cool aus in ihrer normalen Form. Ich bin totaler Fan von dem Sif-Pferd, denn das gefällt mir auch in seiner normalen Form eigentlich richtig cool. Hier seht ihr sie beide noch einmal. Ich finde eigentlich, dass sie einen echt schönen Eindruck machen, auch in ihrer nicht magischen Form. Der Preis ist, dass wir einmal haben wir 900 Star Coins und 950 Star Coins und das ist nämlich der Huffy und der Tennessee Walker. Und StarCybe schreibt dazu nämlich auch nochmal, genau, wir können uns das nochmal hier angucken, das Alvira kostet 950 und das Ordra kosten nämlich 900. Sie sind beide Level 1 und hier sehen wir, das Alvira ist ein Tennessee Walker und das Ordra ist ein Huffy. Also diese beiden Varianten werden wir drin haben. Sie kommen beide natürlich nur für die drei Wochen, die das Halloween-Event jetzt da ist, werden aber sehr wahrscheinlich natürlich nächstes Jahr wieder reinkommen. Außer es passiert mal irgendwas, man weiß es natürlich nie. Und beide Haustiere gibt es für 350 Star Coins und wenn ihr euch beide Haustiere zusammenkauft, habt ihr schon fast eines der beiden Pferde. Also ich rate euch da auf jeden Fall nicht dazu, sondern würde euch eher sagen, holt euch lieber eines dieser Pferde, bevor ihr euch davon ein Haustier holt. An sich muss ich sagen, dass sie einen ganz coolen Eindruck machen. Was ich daran am meisten mag, ist eigentlich so diese Satteldecke, die wir jetzt hier gar nicht sehen. Denn die geht da eigentlich sehr, sehr genau in diesen Körper immer jeweils über von dem jeweiligen Pferd. Und ich muss auch sagen, das Set, was man jetzt hier für den Spieler hat, also das Sif-Set, also dieses Set hier, macht auch eigentlich einen sehr, sehr coolen Eindruck. Also sie machen eigentlich einen ganz cuten Eindruck. Ich finde hier leider, dass man hier wieder sieht, was ich ein bisschen schade finde, dass es sehr angeklatscht wirkt. Also es wirkt nicht besonders dreidimensional. Das kann ich immer so ein bisschen als Kritikpunkt sagen. Ich bin aber gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wie gefällt euch so dieses Ganze? Wie gefallen euch die beiden Pferde? Werdet ihr euch eins holen oder werdet ihr euch vielleicht sogar beides holen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bin auf eure Meinung zum neuen Trailer gespannt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.